Es ist soweit, das Starship könnte das schwerste künstliche Objekt werden, das der Mensch je zum Fliegen gebracht hat. Mein Video heute fast kurz und bündig alles Wissenswerte zusammen über dieses einzigartige Raketensystem. Wir klären, warum das Starship aus Edelstahl gebaut wird, was das Raptor-Triebwerk ist und warum es Methan und nicht Wasserstoff verbrennt und wie SpaceX mit der vollständigen schnellen Wiederverwendung des Starships die Raumfahrt für immer verändern möchte. Herzlich willkommen bei Säckrecht Starter, dem größten Raumfahrt-Technik-Kanal im deutschen Sprachraum. Das Starship ist wie die Falcon 9 eine zweistufige Rakete. Sie wird aktuell von SpaceX in dem kleinen Dorf Boca Chica an der mexikanischen Grenze in Südtexas gebaut und soll auch von hier zum ersten Flug aufbrechen. SpaceX hat jedoch bereits mit dem Aufbau von weiteren Start- und Produktionsanlagen für das Starship in Florida begonnen. Das Starship besteht aus einem Erststufenbooster und einer Oberstufe. Mit einer Höhe von 120 Metern, einem Gewicht von gut 5000 Tonnen und einem Hauptdurchmesser von 9 Metern ist das Starship die größte, schwerste und stärkste Rakete, die je gebaut wurde. Sie kann mehr transportieren als alle Raketen vor ihr. Bisher war meine Lieblingsrakete, die Saturn V, der Rekordhalter für Größe und Nutzlast. Die Mondrakete ist auch 55 Jahre nach ihrem Erstflug immer noch auf dem Papier eine sehr, sehr gute Rakete. Die sowjetische N1-Modrakete hatte zwar mit 4600 Tonnen etwas mehr Schub als die Saturn V mit 3600 Tonnen, ist aber nie erfolgreich ins All geflogen. Auch die N1 würde das Starship-System übertreffen mit einem Erststufenschub von 7600 Tonnen. Ja, das Starship soll mit seiner enormen Schubkraft 100 Tonnen oder mehr in den Orbit bringen und später einmal vollständig wiederverwendbar sein. Wenn es ohne geplante Wiederverwendung fliegt, wären es sogar 250 Tonnen. Im Vergleich dazu bringt die aktuell stärkste einsatzbereite Rakete das SLS der NASA als Wegwerfrakete noch nicht einmal 100 Tonnen ins All. Die Fähigkeit, so viel Nutzlast zu tragen, erleichtert Flüge zum Mond und Mars erheblich. Und das Starship von SpaceX wird zum Mond fliegen, denn die NASA hat das Starship ja für das Artemis-Programm als Architektur ausgewählt für die erste Mondlandung mit Menschen seit über 50 Jahren. Aber auch den Aufbau von Raumstationen wird es erleichtern. Der Platz in der Nutzlast-Sektion ist so groß wie das gesamte Innenvolumen der ISS. Die NASA wird nach dem ISS-Ende ja keine eigene Raumstation mehr im niedrigen Erdorbit betreiben. Das Starship könnte also sehr gut den Aufbau von Raumstationen unterstützen oder selbst als eine solche dienen. Im Gegensatz zur ISS soll das Starship aber mal als ganzes heil zur Erde zurückkehren, inklusive Crew und Experimente. Eine sehr wichtige Fähigkeit. Und das Ganze zu einem Spottpreis. Die Kosten pro Start sollen nach einem erfolgreichen Orbitalstart durch hohe Stückzahlen, aber vor allem durch die vollständige Wiederverwendung innerhalb weniger Jahre auf unter 10 Millionen Dollar pro Flug sinken. Schauen wir uns das Starship-System mal im Detail an. Das Starship-System besteht aus dem R-Stufen-Super-Heavy-Booster und der Starship-Oberstufe. Der Booster ist 69 Meter hoch und 9 Meter breit und seine Struktur besteht aus Edelstahl. An der Booster-Basis befinden sich 33 Raptor-Triebwerke. Oben an der Trennebene zwischen Booster und Ship gibt es wie an der Falcon 9 Grid Fins. Diese können den freien Fall steuern, wenn der Booster nach einem Start zurück zur Erde fällt. Im Gegensatz zur Falcon 9 von SpaceX sind diese Grid Fins aber nicht klappbar. Eine weitere Änderung zur Falcon 9 stellen die Abdeckung der außerhalb des Hauptdurchmessers untergebrachten Drucktanks dar. Diese ermöglichen dem Booster bei seinem gesteuerten Gleitflug durch die Atmosphäre eine deutlich längere Strecke zurückzulegen. Das spart dann Treibstoff. Grob abriss Booster, kommen wir zum Starship. Das ist etwa 50 Meter hoch und verfügt über Lieferwagen große Steuerklappen, mit denen das Starship seinen freien Fall in der Erd- oder Marsatmosphäre steuern kann. Reine Weltraumversionen des Starships wie das HLS-Mond-Starship für die NASA-Atmos-Landung werden keine Steuerflächen erhalten. Es gibt ja im Weltraum bekanntlich keine Atmosphäre. Während die ersten Prototypenflüge der Starship-Oberstufe ohne Hitzeschild erfolgt sind, beziehungsweise nur vereinzelt einige angebracht waren, sieht das aktuelle Design vor, mehr als die Hälfte der Starship-Außenfläche mit einem keramischen Hitzeschutz für den Wiedereintritt zu schützen. Dazu aber gleich mehr. Machen wir mal weiter mit dem offensichtlichsten, der Optik. Ja, Starship funkelt in Edelstahl-Optik in der Sonne. Laut Elon Musk war der Wechsel von CFK zu Edelstahl eine der wichtigsten Designentscheidungen. Obwohl die Dichte von Edelstahl im Vergleich zu typischen Raumfahrtmaterialien höher ist, bietet es einige spannende Vorteile. Durch seinen hohen Chromanteil verbessert sich die Festigkeit von Edelstahl bei kryogenen Temperaturen um 50%. Aber nicht nur die Tieftemperaturbeständigkeit ist besser, auch die Hochtemperaturbeständigkeit ist um Vielfaches höher als bei Aluminium oder Kohlefaser-verstärktem Kunststoff. Und womit wird das Starship angetrieben? Ursprünglich sollte das Raptor-Triebwerk des Starships flüssigen Wasserstoff und Sauerstoff nutzen. Eine Kombination, die auf dem Papier hervorragend als Raketentreibstoff funktioniert, aber vor allem durch den sehr anstrengenden Wasserstoff oft nicht seine Vorteile ausspielen kann. So müssen Raketen, die Wasserstoff verwenden, bei gleicher Transportleistung viel komplexer und größer ausfallen. Um den Sauerstoff und das Methan einmal auf dem Mars zu synthetisieren, möchte SpaceX mit dem Sabbatierprozess aus dem CO2 der Marsatmosphäre und dem vorhandenen Wasser Methan erzeugen. Das würde enorm viel Gewicht sparen, da man den Treibstoff für den Rückflug zur Erde nicht bereits auf dem Hinweg transportieren müsste. Ich hatte das Raptor eben kurz genannt. Ja, kommen wir zu den Triebwerken. Die Triebwerksentwicklung des Raptors ist meiner Meinung nach das mit Abstand eindrucksvollste am Starship-Programm. Das Raptor treibt der gesamten Luft- und Raumfahrtindustrie weltweit die Schamesröte ins Gesicht. Das Raptor ist das einzige Full-Flow-Staged-Combustion-Triebwerk, das bisher geflogen ist. Noch nicht in Orbit, aber das könnte ja kommen. Es hat den höchsten Brennkammerdruck. Beim Schubgewichtsverhältnis ist eigentlich nur das SpaceX eigene Merlin-Triebwerk besser. Und obwohl recht viel Methan zur Kühlung verschwendet wird, hat es mit über 330 Sekunden spezifischem Impuls auf Meereshöhe den höchsten Wert für ein kohlenwasserstoffangetriebenes Triebwerk. Es geht also trotz seiner 230 Tonnen Schub sehr effizient mit dem Treibstoff um. Es ist nicht nur das fortschrittlichste einsatzbereite Raketentriebwerk, sondern wird auch noch am schnellsten und umfangreichsten produziert. Laut NASA baut und testet SpaceX mittlerweile sieben Raptor-Triebwerke pro Woche. Das Raptor-Triebwerk gibt es am Starship-System in drei Versionen. Die Standard-Meereshöhen-optimierten Raptoren mit zwei Achsen-Schubvektor-Steuerung, 13 Stück in der Mitte des R-Stufen-Boosters und drei Stück in der Mitte der Starship-Oberstufe. Damit die Oberstufe ihr halsbrecherisches Flip-Manöver bei einer Landung ausführen kann, verfügt dieses Raptor mit 15 Grad über einen sehr großen Gimbal-Bereich. Die Schubvektor-Steuerung von Booster 7 wird aktuell noch hydraulisch betrieben, aber bereits der nächste Booster, Nummer 9, wird als Upgrade über eine elektrische Schubvektor-Steuerung verfügen. Das Meereshöhen-Raptor gibt es aber auch noch in einer schuboptimierten, nicht steuerbaren Version für den Außenrand des Boosters. Nicht steuerbar meint hier keine Schubvektor-Steuerung und kein Schubregelbereich. Alle guten Dinge sind drei, zuletzt die von ihren Abmessungen sehr beeindruckenden, vakuum-optimierten Raptoren. Diese sind ohne Schubvektor-Steuerung fest in der Starship-Oberstufe montiert und werden nach der Stufentrennung von den drei Meereshöhen-Raptoren in der Mitte des Starships unterstützt, um die Gravitationsverluste zu minimieren und auf die Schubvektor-Steuerung dieser zurückgreifen zu können. Später sollen einmal sechs von diesen vakuum-optimierten Raptoren die Starship-Oberstufe antreiben. Apropos Triebwerk. Senkrechtstarter ist ein feiner, aber immer noch kleiner Nischenkanal. Von den YouTube-Einnahmen kann ich Senkrechtstarter noch nicht finanzieren. Ein großes Dankeschön geht daher wieder an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch könnte ich das hier nicht machen. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Wenn auch du Senkrechtstarter dabei unterstützen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, findest du unter dem Video einen Link zum Senkrechtstarter-Patreon oder der YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Kommen wir mal zu dem Thema von SpaceX der Wiederverwendung. Mit der Falcon 9 und der Wiederverwendung der Erststufen-Booster der Falcon 9 und auch der Falcon Heavy hat SpaceX ja die Raumfahrt nachweislich für immer revolutioniert. Und während alle anderen noch versuchen mit der Falcon 9 irgendwie mitzuhalten, versucht SpaceX die Wiederverwendung mit dem Starship jetzt auf ein ganz neues Level zu bringen. Vollständige und schnelle Wiederverwendung. Also nicht nur die erste Stufe, sondern auch die zweite Stufe sollen komplett wiederverwendet werden. Das große Ziel von SpaceX lautet sogar, Starship und Booster sollen nur wenige Stunden nach dem Start und der Rückkehr erneut starten können. Ähnlich also zu Linienflugzeugen. Um das zu optimieren, soll die Startinfrastruktur genutzt werden. Dabei werden sowohl der Booster als auch das Starship nach einem Flug von dem Mechazilla getauften Start und Phantom gefangen und direkt neu integriert. Wenn dich das Thema mehr interessiert, habe ich natürlich ein Video zu, verlinke ich dir in der Beschreibung. Wiederverwendung bringt uns direkt zum nächsten Thema. Die kritische Technologie für die Wiederverwendung der Starship-Oberstufe, der Hitzeschild. Diese Technologie setzt auf einen keramischen Werkstoff auf Siliziumoxidbasis, der von der NASA entwickelt wurde. Wenn dich das Thema mehr interessiert, über den Starship-Hitzeschild habe ich ein eigenes Video gemacht, was zu den beliebtesten Videos auf Senkrechtstart erzählt. Verlinke ich dir auch in der Beschreibung. Eine weitere Besonderheit des Starship-Konzepts, das Wiederbetanken im Orbit. Sowohl den Mond als auch den Mars kann das Starship nur erreichen, wenn es im Orbit mit Treibstoff versorgt wird. Dazu braucht es mehrere Starship-Flüge mit Treibstoff in den Orbit. Aber auch die Fertigung hat SpaceX beim Starship revolutioniert. Wir sehen ja jetzt schon, wie schnell SpaceX Starship-Prototypen und Triebwerke bauen kann. Selbst mit einer zweiten Stufe als Wegwerfsystem sollte SpaceX mit dem Starship die pro Kilogramm Kosten in den Orbit gegenüber Falkenheim drastisch senken können. Just diese Serienfertigung wird sowohl in Boca Chica als auch in Florida bereits aufgebaut. Größte Rakete der Geschichte. Und wer braucht so einen Koloss? Ja, SpaceX hat verschiedene Zielgruppen für seinen Starship. Zuerst natürlich das hauseigene Starlink. Durch den Transport eigener Satelliten und den Verkauf von Internetdiensten über das Starlink-Netzwerk soll ein jährlicher Umsatz im zweistelligen Milliardenbereich generiert werden. Neben den Artemis-Mondlandungen und einer Mondbasis plant die NASA große Mengen an Nutzlasten mit dem Starship zu transportieren, um Forschung und Erkundung im Weltall durchzuführen. Ja, und das US-Militär will die größten und fähigsten Satelliten ins All schicken oder ganz, ganz viele davon. Ja, und tatsächlich Point-to-Point-Transporte von über 100 Tonnen in unter einer Stunde rings um den Erdball durchführen. Und diverse Touristenflüge mit dem Starship wurden auch bereits verkauft. Der erste Flug mit Menschen, der wird im Polaris-Programm durchgeführt werden. Und zwei weitere Flüge werden um den Mond gehen. Ja, auf dem Dear Moon-Flug ist ja mit Tim Dodd sogar ein Space-YouTuber dabei. Das Starship ist ein beeindruckendes System. Sowohl die Dimensionen der Rakete als auch die Idee hinter der vollständigen schnellen Wiederverwendung sind schwer zu fassen. Ob das alles am Ende dorthin geht, wo SpaceX hin möchte, werden wir in den kommenden Stunden und Tagen sehen. Die lange Reihe bisheriger Erfolge von SpaceX lässt mich persönlich aber sehr optimistisch in die Zukunft des Starships schauen. Es ist wirklich schwer, als Raumfahrt-Fan aktuell auf dem Teppich zu bleiben. Viele Science-Fiction-Ideen der letzten 60 Jahre, die bei Apollo 11 so greifbar schienen, könnten nun mit einem günstigen Transportsystem vielleicht endlich Wirklichkeit werden. Ich hoffe, du fängst jetzt zu träumen an. Mit diesem Optimismus würde ich mich gerne verabschieden. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du dem Video einen Like dalässt. Ja, und wenn du neu hier bist und keine weiteren Neuigkeiten aus der Raumfahrt verpassen möchtest, unbedingt hier abonnieren. Denn neben den Senkrechtstarter-Raumfahrt-News am Sonntag gibt es immer mittwochs die Senkrechtstarter-Technik-Episoden. Dazu spannende Talks mit Wissenschaftlern und Ingenieuren aus der Raumfahrt und Einblicke in den Bau von Raumfahrtsystemen. Naja, und ein paar Livestreams. Ja, hier findest du zum Beispiel ein Video, das dich interessieren könnte. Schau einfach mal rein. Ich kann es kaum erwarten, dass Starship jetzt endlich abhebt. Da wartet eine spannende Zukunft auf uns. Die Menschheit ist dabei, die nächsten großen Sprünge da draußen zu unternehmen. Und wir können mitfiebern, unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben, dein Maul.